Wir sind mitten in der Hauptreisezeit in Salzburg. Ab sofort reicht ein Blick aufs Handy, um live einen Überblick über die Verkehrssituation auf den Autobahnen im Bundesland zu bekommen. In der Land Salzburg-App sind jetzt alle Verkehrskameras der ASFINAG abrufbar. Über die kostenlose Land Salzburg-App für Apple- und Android-Geräte kann man Neuigkeiten aus dem Land Salzburg erfahren, im Magazin schmülkern oder alle Corona-Infos lesen. Warnungen über aktuelle Gefahren, Unwetter und Behördenaufrufe kommen per Push-Nachricht sofort auf Ihr Handy.